Ball entgegengekommen und jetzt die Chance für Christoph Daferner, alleine vor und voller Hand, das ist das Tor! Dynamo führt mit 1 zu 0 nach 15 Minuten durch das zwölfte Saisontor von Christoph Daferner. Königsdürfer im Laufduell ist schneller. Königsdürfer, ist das schon das zweite Tor? Königsdürfer, das ist das 2 zu 0 für Dynamo! Das ist Wahnsinn, genau der Haken, der da kommt, jetzt und dann durch die Beine. Super abgeschlossen, hervorragend. Boah, jetzt aber was für eine Chance und da ist das 3 zu 0 von Heinz Mörschel! 62. Minute, was für ein Assist von Philipp Hosiner! Vlachodimos, was für ein Fall! Banagiotis, Vlachodimos zieht ab aus halb linker Position und nagelt den Ball ins rechte Obreg. Und das ist die letzte Aktion dieses Spiels! Das Spiel ist aus und Dynamo Dresden ist aufgestiegen! Was für wundervolle Szenen! azaort to 2 2 3 in Vielen Dank.